Mikkel K.A.J. Forsell ist ein ehemaliger finnischer Fußballspieler, der zuletzt beim VfL Bochum unter Vertrag stand. Herkunft und Kindheit Aufgrund der beruflichen Tätigkeit des Vaters kam der Finnland-Schwede Mikkel Forsell in Steinfurt auf die Welt, bevor seine Familie etwa ein Jahr später nach Schweden übersiedelte. Karriere Er absolvierte sein erstes Profiligaspiel bereits im Alter von 16 Jahren für den HJK Helsinki. Seit 1998 stand Forsell beim FC Chelsea unter Vertrag. Sein Vertrag lief ursprünglich bis zum 30. Juni 2007. Seit 1999 spielt Forsell regelmäßig in der finnischen Nationalmannschaft und wurde seitdem vom FC Chelsea an Crystal Palace, an Borussia Mönchengladbach und Birmingham City ausgeliehen. Während seiner Zeit bei Borussia Mönchengladbach erzielte Forsell für den Verein in 16 Bundesligaspielen sieben Tore und trug damit entscheidend. Zum Klassenerhalt der Gladbacher bei. 2003 belegte er bei der Wahl zu Deutschlands Fußballer des Jahres den 12. Rang. Im Sommer 2005 wurde er für 4,5 Millionen Euro Ablöse an Birmingham City transferiert. Ein möglicher Wechsel zu Hannover 96 zur Saison 2007-08 hatte sich zerschlagen, da Birmingham nicht auf seinen Spieler verzichten mochte. Jedoch gelang es Hannover 96 den Spieler zur Saison 2008-09 zu verpflichten. Er hatte seinen Vertrag bei Birmingham City nicht mehr verlängert und entschied sich in die Bundesliga zurückzukehren. Im ersten Testspiel nach seiner Rückkehr nach Deutschland erzielte Forsell beim 23-0-Sieg gegen Kreisligist Bofzen 10 Tore. Darunter zwei Hattricks. Beim 5-1-Sieg seiner Mannschaft gegen Borussia Mönchengladbach am vierten Spieltag der Saison 2008-09 konnte Forsell seinen ersten Ligatreffer für die Hannoveraner erzielen. Mit sieben Treffern in 30 Spielen war er neben Jirgi Steiner wichtigster Offensivspieler der Saison. Im folgenden Jahr warf ihn jedoch eine langwierige Bänderverletzung den größten Teil der Saison aus dem Rennen und mit nur zwei Einsätzen war es für den Finnen ein verlorenes Jahr. In der Saison 2010-11 fand er dann nicht mehr zu alter Form zurück und war nur noch Ergänzungsspieler im Sturm. Bei zwölf Einwechslungen als Joker gelang ihm kein einziges Dorr. Mikael Forsell verließ Hannover zum Saisonende, nachdem sein zum 30. Juni 2011 auslaufender Vertrag nicht verlängert wurde. Einen neuen Arbeitgeber fand Forsell in der Football League Championship der zweithöchsten englischen Spielklasse. In dem Traditionsverein Leeds United. Von 2012 bis 2014 war Forsell beim Erstligisten HJK Helsinki aktiv. Am 29. August 2014 verpflichtete ihn der Zweitligist VfL Bochum ablösefrei zur Saison 2014 Fünfzehntel, nachdem Forsell in Helsinki seinen noch bis 31. Dezember 2014 gültigen Vertrag auflöste. Nach über drei Jahren bestritt er wieder ein Ligaspiel für einen deutschen Verein. Am 11. September 2014 kam er beim 1-zu-1 Unentschieden im Heimspiel gegen den Karlsruher SC Fürstanislav Shestak in der 78. Minute zum Einsatz. Insgesamt kam er in Bochum auf 16 Einsätze, bei denen er drei Treffer erzielte. Nach der Saison 2014-2015 gab Forsell bekannt, dass er den VfL Bochum nach nur einem Jahr bereits wieder verlässt. Für den VfL erzielte Forsell in 16 Partien drei Tore. Wie sein Ex-Klub HJK Helsinki offiziell verkündet, unterschreibt der 3-4-Jährige einen Vertrag bis Ende Dezember 2016 in der finnischen Hauptstadt. Sein Debüt in der Nationalmannschaft Finnlands gab Forsell am 9. Juni 1999 gegen Moldawien. Eineinhalb Jahre später erzielte er am 28. Februar 2001 seinen ersten Treffer im National Trikot gegen Luxemburg. Bisher konnte er sich mit der Auswahl seines Landes für kein großes Turnier qualifizieren. Bisher in 2016 Saison 2014 Saison 2014 Bisher in Bisher Señ